herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf der karte noch für den marsch wir fahren aktuell den abladekurs ein für den traktor von feld 1 läuft die aufnahme die ersten paar mülchen 2 er passt ist ja nicht passiert euer grunde beim einfahren beim letzten mal nicht gespeichert das hat ja einmal neu machen So, speichern, ab, fahre, erhöhe. Haben wir es. Abfrau reinstellen. Oder ich denke nochmal. Aus und reinstecken. Aufnahme, 48 A. So, das läuft jetzt mal. Das heißt, nächste Aufgabe. Er war nicht gespeichert. Das war eh, in Anführungszeiten, nicht so ideal. Um die Ballen und Weglinge. Muss ich mal schauen. Das fällt. Warte. 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 Find ich mir ein. Das heißt, wir müssen hier weiter probieren. Und zwar. wir werden eine außenbahn anfang ist doof und schauer ist wo anfangen kann beginnt noch feld rein ist deswegen wichtig auf dem ende ja gut und übers gras fahren ist mal blöd der patte der schaden das zieht immer nach links oder rechts katastrophe schau über den händler weniger schaden vorne 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 zusammenklappen kommt er nicht durch schau grad wie laufen deutschland ja ja läuft alles im grünen bereich so ersten wegpunkt vorne ausklappen manuell starten oder nicht das ist ja schade als ich kann gut das nochmal drei richtig das heißt er zugs da ja auch fort gut super super klappt mit dem wende radios da war er vorhin extrem gedacht er wird über den deich und ganz im ganz berühnen sprich das hier schade und schade los Also auch ein Programm mit Ressourcen glaube ich gar nicht. Obwohl er hier eigentlich vier hat. Drei, drei Prozent. Naja, vielleicht kommen wir irgendwie mal neue Treiber. Das ist schon Taktor nicht so einfach. Weil der Kursplay ist. Das ist eigentlich hingestellt zum Main. Aber wir hatten auch gleichzeitig ein Gerät hintendran. Wo er umgekehrt auch noch was machen musste. Ja, das ist ungünstig. Deswegen graviert so ein. Auf dem selben Kurs praktisch zurückfahren. Und irgendwie die Ballen liegen. Und sich kein Kluge einfallen. Das heißt, wir müssen ihm ein bisschen vorbei formulieren. Und wenn wir mit dem Gras kaputt gehen. Dann passen wir die Kälte. Dann passen wir die Kälte. Und das ist es. So. Irgendwie so einfach. Aber mit der Methode musst du gerade einfach helfen. Ja, das kommt gut aus. Weicher Menge. Äh, drei Gigabyte. Bei... CMU. Das passt. So. So. Das läuft auch. Ein bisschen Stroh eigentlich. Sammelbar. Großen Sammelbar. Traktor. Kühe. Kühe. Warte mal. LKW hin. Ach hier. Braucht Geld. Weizen. Das heißt. Wer verkauft gerade was. Wo kann man gut kaufen. Verkaufen. Weizen. Depot. So. Können wir gleich einen Kurs laden. Vereinfahren. Überführung. Überführung. Route fahren. Kopieren. Keiner. Oh, anders geht ja gar nicht. Oh, das hier. Das geht auch. Ist sogar sinnvoll. Starten sollten wir auch. So. Das heißt. Straße. Das heißt. Ob depot bei Eier sind. Ich hab noch keine Zeit für gehabt. Das soll ich kommen. Ich halte mir sowas auf dem Trapp hier die. Die Arbeit. Zu weit. Vielleicht kommen wir hier zu spät. Zu oft. Einer aufsteckt. Den spraßen mal. In der Rennlinie. Ist doch Mist zu bauen. Hat die Kuh nicht gekriegt. So. Angekommen. Depot. Jo. Sind diese nicht? Egal. Dann fahren wir hier eine kleine Runde. Klappt ja wenigstens. 40.000 Einnahmen. Das ist gut. So. Jetzt geht's zurück. Volle Kraft. Wie gesagt. Die engen Kurven kann man ruhig mit Ango erfahren. Blick rein und rüber. Locking. Auf der Barsch. Auf der Barsch. Auf der Barsch. Ich habe schon keinen Ton. Super Go. Kein Ton. Ja, hätte ich von der anderen Seite ran können, ne? Besser gewesen. Rinder kaufen soll ich ja nicht mal. Nicht wann. Im Übrigen wollen wir mal nachschauen, wie wir da auch mal existieren. Kannst du mir Futter sein? Aber eigentlich schon. So. So. Speichern. So. 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 So.